Herzlich Willkommen zu einem sehr kurzen Video. Hier zeige ich euch den klassischen Ringtransporter aus Target. Jeder kennt ihn, jeder mag ihn. Und wir starten jetzt einfach mal gleich mal fix. Moment, so. Und zwar. Hier unten sieht man die Schaltung. Ich weiß jetzt selbst nicht genau, wie sie genau funktioniert. Das muss ich mal gucken. Gleich oder später vielleicht nochmal. Heute geht es nur pur um die Funktionsweise des Ringtransporters. So, da wollen wir mal loslegen. Wir haben hier auch mal unseren Testkandidaten, Helgon. Ja, hallo. Warum wir einen Testkandidaten brauchen und ich es nicht selbst testen kann, erkläre ich euch dann nach dem Ringtransport. Es passiert jetzt folgendes. Geh rein. Ja. So. Ich überlebe das, ne? Du bist es immer, ja. Hoffe ich zumindest. Okay. Der Button wird gedrückt, sechs Sekunden Zeit dazwischen, falls ich selbst reingehen möchte. Dann passiert folgendes. Der Ringtransporter. Und, flupp, er ist weg. Wunderbar. Funktioniert. Richtig. Momentan ist das Ding am Spawn registriert. Das war es auch schon. Der einfache Ringtransporter. Ahoi, ahoi. So. Und, ja. Vielen Dank.